jo moin pyrus ich habe endlich den norma prospekt für euch diesmal ist es der für deutschland nicht für österreich ja startschuss 2021 wir fangen direkt an mit einer kaufempfehlung wir haben hier das rocket rally ihr habt hier zehn schöne kugelkopf raketen mit geiler ausbreitung teilweise auch mit double wing ja die ungefähren effektische seht ihr hier von den ringbomben dann habt ihr bürst raketen alle mit zerleger genau wie die turbo raketen sind ebenfalls mit zerleger ist eine kaufempfehlung 25 raketen wie gesagt für 20 euro definitiv einpacken wenn ihr ein norma habt ultimate mix ebenfalls eine kaufempfehlung ihr habt hier 270 teile ja ihr habt hier 150 wunderkerzen bei knallererbsen ja gut ist dennoch eine kaufempfehlung ihr habt hier 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 raketen pro rakete kann man ja immer ungefähr so bis zum euro rechnen dann habt ihr hier noch ein paar böllerteppiche so böller drinne fontänen und hier sind glaube ich auch noch mal knallerbsen bin mir jetzt nicht so sicher ja ist definitiv eine kaufempfehlung trotzdem dann haben wir hier die watze metal shots oder vielmehr den verbund mehr geht nicht bis 2000 kilo angepriesen ja sage ich nichts zu sind verbünde dr pyro finden viele leute extrem krass ich muss sagen ich persönlich finde das ding gar nicht so toll ja ist auch marktiger geworden 2015 ja das preisen die ja heute noch an ja hier jetzt mal ausnahmsweise nicht jedenfalls sehe ich jetzt nichts darunter the outlaws definitiv eine kaufempfehlung richtig geiles ding dann haben wir champ edition ja kann man sich noch mitnehmen ihr habt hier auch wieder ein bisschen kat 1 ja paar vulkane paar böller 1 2 3 4 5 6 7 raketen hier nochmal zwei kleine raketen also neun insgesamt ja die werden aber glaube ich kein zerleger haben ja kann man sich trotzdem mal mitnehmen wenn man es möchte daneben haben wir das metal rocket reloaded 33 raketen für circa 30 euro ja ist ein richtig großes set wenn ihr das im laden seht also mega ihr habt hier unten diese treiber raketen kugelkopf raketen turbo raketen und hier oben noch mehr raketen die sind auch ja würde ich eine kaufempfehlung aussprechen klar 30 euro ist jetzt natürlich schon happig aber ihr kriegt 33 raketen ja kommen wir zur zweiten seite da haben wir das extended family da haben wir hier raketen aus dem srs 9 bzw metalhead drin was sich auch hier unten befindet ja definitiv also ihr habt hier zwei vier sechs acht raketen wenn ich mich jetzt nicht wieder erzähle das kann ich nämlich ganz gut ja hier steht sogar für blöde acht raketen paar aufstiegseffekte kat 1 eine röhli batterie die sieht so aus wie hier paar böller normale röhli ist definitiv ja ist natürlich jetzt schon von den raketen her wieder ein bisschen premium aber man kann es sich trotzdem mitnehmen wenn man mag bedingte kaufe empfehlung metalhead ist eine kaufe empfehlung neun raketen zehn euro extrem krasse zerleger extrem geile ausbreitung definitiv mitnehmen wenn ihr das irgendwo anders sehen sollte unter den namen srs 9 das ist das gleiche ist ganz gerne mal beim hagebaumarkt oder beim werkerswelt ist ungefähr das gleiche sortiment als werkerswelt ist so ziemlich auch der gleiche laden ja dann haben wir hier oben ob es ein high five ja kugelkopf raketen oder ring raketen kann man sich auch mitnehmen definitiv gerade wer die ringraketen mag ja jetzt halt die für fünf stück 7 euro 30 ist ein bekloppter preis wegen der mehrwertsteuersenkung aber ja macht er definitiv nichts falsch gerade die 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 auf die ringraketen stehen jules of fire habt da 15 raketen alle zerleger ja kaufe empfehlung hätte ich auch ganz gerne aber leider habe ich weit und breit kein normer dann haben wir die xtail rockets zu teuer ja die kriegt da online teilweise für sechs euro und für drei raketen die haben natürlich einen geilen abstieg aufstieg und machen schönes bouquet am himmel aber nee das ist für acht euro ist das schon mittlerweile zu teuer für drei raketen ja sie sind zwar was besonderes aber nee lastigen ist zu viel dann haben wir hier die supreme shots auch donnton wie heißen die donnerröhren ließen die auch die andere version gelähmte bin mir da jetzt nicht so sicher nagelt mich nicht darauf fest kann man mitnehmen dann haben wir daneben den color shooter ja das ist auch so eine röhli batze da oder röhli ja batterie kann man es ja eigentlich nicht nennen daneben haben wir noch mal den speed thunder ja auch ungefähr das gleiche hier mit leuchtkugeln und quacking stern habt ihr hier auch in diesem set zum beispiel drin so ein teil dann haben wir die five shots das ist ja ja doch spreche ich eine kaufempfehlung für aus ihr habt hier ein römisches licht das solltet ihr aber nicht in der hand halten das ordentlich druck hinter weil die oben am himmel in zerleger haben ihr seht das hier auch schon also kommen kleine bombetten raus und die zerlegen oben ja ist von der schussanzahl wie gesagt mit fünf effekten also fünf dingern drin aber auf 20 sekunden das schießt ein bisschen zu langsam finde ich kann man sich aber zum test mal mitnehmen wer mag dann aber hier die double supreme shots ja das ist ja wie heißen die teile jetzt man bombenrohre genau ja hat zweistufige effekte 35 meter effekte für die dies interessiert fünf euro kann man sich auch mal zum test mitnehmen unicorn hart oder unicorns hart ist eine 44 effekt von den ja sieht ganz cool aus auch in den design aber da auf jeden fall wie ihr vorher anschauen gleich geht für die unicorn feier ja ihr habt ihr 25 effekte laut angabe 30 sekunden die 20 sekunden brenndauer ja für sechs euro danach unicorn fontaine sieht auch ganz cool aus ist auch eine 3er fontaine diesmal ja mit das kann ich nicht aussprechen das wort ja dann haben wir hier die funky fontaine 3er effekte ja drei euro fettes fass ist zu viel gleich gleich gibt es besseres shooting stars ja es sind auch kleine feuerrore mit fünf okay das kann ich jetzt nicht da müsste ich mir selber erst video angucken und danach haben wir hier das fantasy lights auf der seite als letztes finde ich persönlich ein bisschen zu teuer da gibt es andere alternativen kommen wir zur dritten seite haben wir hier die schwester pyro die ja auch die schwester von der doktor pyro hier ja ist auch ganz schön eigentlich anzusehen ist aber jetzt nicht so was wo ich jetzt die fette kaufempfehlung aussprechen würde macht euch euer eigenes bild indem ihr hier den qr code ab ja okay das wird wahrscheinlich nicht gehen aber ich haue ich das prospekt unten rein dann keep it real zu teuer definitiv mystical night finde ich auch zu teuer ihr habt hier verschiedene effekte ja fontaine kleine fontaine batterien ja so viel meiner meinung nach mephistos fire ist eine kaufempfehlung definitiv meine alternative zu den ganzen batterien die man immer beim video oder beim id kauft diese kleinen low budget dinger poison alligator spreche ich jetzt damit an ist mal was anderes ist auch ein geiles teil spreche ich eine kaufempfehlung für euch definitiv tornado fire ja finde ich jetzt nicht so geil der ein oder andere wahrscheinlich schon da trennen sich ja immer die meinung am besten video schauen planet pyro oder planet pyro leuchtkugeln sind das so wie es hier steht knattern ja gefolgt von vier fächer betrunken ja muss man sich auch anschauen kenne ich persönlich auch noch nicht weil ich habe selber auch keine norma da und nico produkt habe ich eh nicht so wirklich auf dem schirm dann haben wir hier die magic 9 schuss ja ja lufttrailer batterie ist das das gibt auf jeden fall bessere teile ebenso die hellschirm da gibt es auch besseres da gibt es ja die lords of whistle zum beispiel aus liede glaube ich und ja da gibt es ja etliche von diesen 5 batterien sind aber leider jetzt auch ein bisschen teurer geworden weil das plastik raus ist da jetzt irgendwelche papphülsen oder so drin sind ja müsst ihr schauen wem es gefällt der kann sich das mitnehmen ich bin kein effekt von diesen schreibatterien oder generell von diesen schreieffekten dann haben wir hier daneben die task force 20 schuss für 5 euro circa ist ein geiles teil kaliber bis 20 mm danach haben wir hier ein battleship verbund ja werde ich nichts zu sagen crazy quackle quackler ja daneben die quackling boys die sind definitiv eine kaufe empfehlung da wundert es mich jetzt aber dass das hier als 3er pack nur ist weil soweit ich weiß sollten die doch dieses jahr als 6er packs verkauft werden oder nicht oder habe ich da was falsch mit bekommen naja egal kauf empfehlung reibkopf knaller liegen lassen viel zu teuer und auch scheiße katana ja dann muss man gucken für die die böller lieben und man mix haben wollen kommen dass ich das auf jeden fall mitnehmen ja ihr habt ihr china cracker super böller 1 oder 2 das erkenne ich jetzt leider nicht china böller d ja müssten aber super 2 oder 1 ich will mich nicht darauf festlegen auf jeden fall sind super böller dann aber hier ein paar cracker und diese paket machen glaube ich so wie das aussieht ja hier packet cracker das sind dann die in der mitte und die cracker hier an der seite steht darauf zufällig was für ein böller das ist wie sind die böller china egal kommen wir zur letzten seite da haben wir den turbo charger verbund 24 36 ja verbinde sage ich nichts weiter zu den peacemaker für 58 47 das sind so bekloppte preise fight of the titans ja 48 72 the boss für 9 10 euro 48 bis 600 gramm dann haben wir hier die widers in the sky 27 28 die preise dann full magazine oder volles magazin sieht jetzt nicht so prei aus ja daneben haben wir die pyro wood 77 97 bis 2 kilo also ordentlich was drin vielleicht erkennt man ja hier irgendwo wie viel genau drin ist ne leider nicht dann haben wir wo war ich jetzt den ghetto blaster ja ihr seht schon 337 schuss das wird die ganze zeit so aussehen das müsste eigentlich ist das die home one 2 oder die home one normal weiß ich nicht würde mich nicht drauf festlegen dann haben wir hier die monster burner ja ist ein geiles teil 63 schuss müsst ihr euch auf jeden fall angucken monster place ist eine kaufe empfehlung ja 36 schuss für 24 36 ihr habt ihr ein fettes kaliber von 29 mm also den 1 mm und als letztes haben wir die 360 grad inferno das müsste eigentlich die umgelabelte cluster sein wenn ich mich jetzt nicht irre ja doch müsste die sein ja ist nicht meins gefällt der kann es aber mitnehmen ja das war es dann auch leider für den normal prospekt schon wieder lasst mir doch gern abo da bewertet das video positiv oder negativ wie es euch gefallen hat schreibt mir eure kritik oder irgendwelche anderen anregungen in die kommentare und wir sehen uns beim nächsten video wieder abonniert doch auch gern torsten den alan jana wird unten verlinkt sein der hat mir bei meinem letzten video das film übernommen oder abgenommen ja und abonniert doch auch gern samantha auch ihren link findet ihr unten die lädt ganz gerne mal gameplay videos hoch ist auch liebes nettes mädchen ja könnte auf jeden fall mal vorbeischauen dann jetzt aber nochmal danke fürs zusehen wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin tschüss und viel spaß bei der vorfreude